Das ist der Teil 3 hier bei Hafen Moorpuff, Holland Casino Venlo. Ich habe eben ein Video beendet mit 150 Euro. Das ist die Fortsetzung. Direkt danach der nächste Hit. Ich wollte Live-Fail machen, habe ich nicht. Ich wollte schön aufhören mit dem Gewinn, aber direkt danach das Feature. Auf 5 Euro, Einsatz 10 Cent ist die Denomination. Und dann gucken wir mal, was kommt. Der Major steht bei 3.250 Euro. Träumchen, Träumchen, Träumchen. Da geht er vorbei. Da kommt der Grand, da kommt der Mini. Das wäre toll. Was Feature nehme ich? Wie stehen die? Die stehen ganz gut. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, die Sägen gehen rum. Also einmal da oben. Da rum. Zack. Und der geht auch hier rum. Zack und macht den jetzt rot. Und da oben, das Ganze, der geht auch lang. Also es sind insgesamt 10, faktisch 10 Hüte gewesen. Aber wir brauchen weiter Hüte, 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 Hüte. Keine Hüte. Wie immer kennen wir schon. Einen Hut noch. Einen Hut noch. Meine Hüte. Kann doch nicht wahr sein. Hüte, 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 Hüte. Die kommen einfach nicht. Ich kann machen, was ich will. Keine Hüte. Einen Hut. Zwei Rote bis jetzt. Das ist zu wenig, Leute. Schade, schade. Letzte Spiel. Ein Hut. Oh ja, wenigstens noch mal eine Verlängerung. Wir bekommen zwei rote Hüte dazu. Also zwei rote Häuser. Das sind die sogenannten Holzhäuser. Einen noch, einen noch, einen noch. Einen noch. Einer wäre wichtig gewesen. Leider keinen roten. Äh, keinen goldenen. Aber gut. Nehmen wir mit. Könnte so auch vielleicht 50 Euro werden. So, komm, mein Kleiner. Komm. Und los. Ja, das ist auch schon mal 22,50. 10er, 25,20. 15, ja, sind schon 100 Euro geworden, denke ich mal. Ja, das ist aber ein Bär. Den nehmen wir damit auch noch mal eine Coinshow zu Beginn des Videos. Ich bleibe mal ein bisschen drin. Ich mache jetzt noch ein bisschen Live-Play. Drei noch. Wir brauchen drei. Schade. Ich melde mich, sobald es was Neues gibt. Eine Säge wäre noch gewesen. Nochmal eine Säge. Der ist sägengeil hier, oder was? Okay. Also, wenn es was Neues gibt, melde ich mich. Gut, bis dann. Bye, bye. So, Leute, ich habe die Denum gewechselt auf 1 Cent, bin aber ziemlich hoch geblieben. 3,75. Wir haben das nächste Feature ausgelöst kurz danach, also hat nicht viel gekostet. Meine geht weg. Oh, das wäre ein Mention Feature. Das ist ein Mention Feature. Mein erstes Mention Feature. Mention Feature. Wir haben das Mention Feature. Also, alle sind jetzt Gold. Und? Alle sind Gold. Und die sind schon Gold. Jedes Ding wird Gold. Die Mention Feature mein erstes. Auf 3,75. Weil wir lieben. So, wir brauchen jetzt Hüte. Hüte, 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 Hüte. Jawohl. Jawohl. Am besten sind natürlich 3 Hüte. Wir haben jetzt schon 5 Goldene Häuser. Hüte, 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 Hüte. Jawohl. Weiter Hüte. Goldene Hüte. Hüte. Oh, der ist weggegangen. Egal, egal, egal. Weiter Hüte. Einen reicht. Einer ist gut. Jawohl. Einer ist gut. Den nehme ich. Einmal 3 wäre geil. Ja, der geht rüber. Letztes Feature. Alles Goldene Hüte. Komm, noch einen Hut wäre super. Einer, gib mir einen. Oh, schade. Weil wir belieben. Alles Goldene Hüte. Das heißt, das könnten alles Coins sein. Aber natürlich auch ein Mini. Das könnte aber auch der Major eigentlich sein. 3,75. Wow, wow, wow. Guckt euch das an. Komm, mein Mäuselchen hier. Komm. Auuu. 75, 93, Coin. Miner. Wow. Weil wir belieben. Das sind 400, 500, 75 Euro. Wow. Weil wir belieben. Yeah. Leute, 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 Leute. Was für ein finales Video. 93, 75 habe ich noch nie gesehen. Der Miner 50, 75, 75. Big Coins. Und eine Mega Coin Show. Da unten. Weil wir belieben. Ja. Mein Schnuckelischen. Auuu. Der Wolf. Das hat alles ungeblasen hier. Das ist der Beste. Auuu. Also, vielen Dank. Ich beende hier mal. Das Video ist super gewesen. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefällt, gerne abonniert meinen Kanal. Seid dabei. Drückt die Glocke, dann bekommt ihr immer eine Nachricht. Drückt Like und kommentiert. Ich freue mich auf jeden Kommentar. Grüße gehen raus an alle Believer. Insbesondere auch an Karl. An Skycrasher Schlott Channel. Gerne könnt ihr da auch mal reingucken. Karl ist ein guter Freund von mir. Ja, wir sind ab und zu mal in Venlo. Aber demnächst geht es nach Vegas. Karl, ich freue mich, Sven. Es macht mir so eine Freude. Gut. Und ich bin froh, dass ich euch kennengelernt habe. Beste Freunde. Weil wir belieben. Bis dann. Bye, bye.